Das digitale Multimeter MM12 von Benning eignet sich aufgrund der präzisen Erfassung von Messwerten und der kabellosen Messdatenübertragung per Bluetooth, besonders für anspruchsvolle Messaufgaben in der Industrie sowie im Handwerk. Neben dem Multimeter mit Gummischutzrahmen befindet sich ein USB-Datenkabel, die PC-Software, ein Magnetaufhänger, ein Drahtemperaturfühler sowie ein Messleitungs- und Krokodilklemmensatz im Lieferumfang. Im automatisierten Fertigungsprozess wird für jedes Gerät eine Einzelkalibrierung durchgeführt. Das beigefügte Kalibrierzertifikat gibt dem Anwender die Gewissheit, präzise und reproduzierbare Messergebnisse zu erzielen. Sowohl der große Anzeigeumfang von 40.000 Digit als auch das Echteffektivwert-Messverfahren TrueRMS für Wechselspannungsmessungen bis 1000 Volt sowie Wechselstrommessungen bis 10 Ampere ermöglichen ein zuverlässiges und genaues Arbeiten mit dem Multimeter. Die Funktion zur automatischen Wechselgleichspannungserkennung mit einer geringen Eingangsimpedanz von ca. 3 Kiloohm unterdrückt induktive sowie kapazitive Blindspannungen und ermöglicht eine Auslösung eines 30 mA Fehlerstromschutzschalters. Ein Tiefpassfilter kann im Spannungs- sowie im Strommessbereich per Tastendruck zugeschaltet werden und erlaubt eine Unterdrückung von hochfrequenten Impulsen, die beispielsweise bei getakteten Motorantrieben auftreten. Neben Spannung und Strom können Widerstände, Frequenzen und Kapazitäten gemessen sowie Durchgangs- und Diodenprüfungen durchgeführt werden. Das Benning MM12 erlaubt des Weiteren eine Temperaturmessung von minus 200 bis plus 1200 Grad Celsius mittels entsprechender Temperatursensoren vom Typ K. Dem Anwender wird ein weites Spektrum an Speicher- und Einstellfunktionen geboten. Hierzu gehört der einfache Messwertspeicher HOLD, aber auch ein Spitzenwertspeicher, eine Relativwertmessung, die Anzeige von maximal, minimal und Durchschnittswerten, sowie die Pegelmessung. Mit Hilfe des Datenloggers kann eine Messreihe mit maximal 40.000 Messwerten erstellt werden. Die Abtastrate, also die Zeit zwischen zwei Messungen, kann hierbei von einer Sekunde bis hin zu 10 Minuten definiert werden. Des Weiteren können bis zu 1000 Messwerte manuell per Tastendruck oder automatisch bei Stabilisierung des Messwerts gespeichert werden. Letzteres ist besonders dann praktisch, wenn umfangreiche Messreihen erstellt werden müssen, ohne für jeden einzelnen Messpunkt die Speichertaste zu betätigen. Die erfassten Messwerte werden über das große und übersichtlich gestaltete LC-Display mit Bargrafanzeige ausgegeben. Zusätzlich verfügt das Display über eine automatische Hintergrundbeleuchtung, die sich dank des Helligkeitssensors automatisch bei Dunkelheit einschaltet. Durch die hohe Messkategorie CAT 4 bis 600 Volt und CAT 3 bis 1000 Volt wird ein besonders großes Einsatzspektrum durch das Multimeter abgedeckt. Die verwendeten Hochleistungssicherungen, die nach einer Überlast leicht und schnell ausgetauscht werden können, schützen sowohl den Anwender als auch das Messgerät. Über die integrierte Bluetooth Low Energy 4.0 Schnittstelle kann eine kabellose Datenübertragung zu einem Smartphone oder Tablet erfolgen. Die dazu benötigte iOS oder Android App Benning MMCM Link kann aus dem App Store oder Play Store kostenfrei installiert werden. Anschließend kann ohne vorherige Registrierung eine direkte Verbindung hergestellt werden. Bis zu 5 Benning MM12 können so gleichzeitig überwacht werden. Eine Überwachung von Messvorgängen ist somit beispielsweise auch bei Gefahrenbereichen aus sicherer Entfernung möglich. Außerdem können bereits vorhandene Messdaten ausgelesen oder neue Messwerte direkt zur weiteren Auswertung gespeichert bzw. mit anderen Personen geteilt werden. Die Ausgabe der gespeicherten oder übertragenen Werte erfolgt in einer übersichtlichen CSV-Datei, welche über Tabellenkalkulationsprogramme wie Microsoft Excel geöffnet werden kann. Des Weiteren kann eine Datenübertragung zum Computer per USB-Kabel über die optische Schnittstelle erfolgen. Mit der PC-Software Benning PC Win MM12 können die Messwerte direkt ausgelesen und über Liniendiagramme grafisch dargestellt werden. Die erfassten Werte können in Microsoft Excel gespeichert werden. Das Benning MM12 stellt somit ein zuverlässiges und sicheres Messwerkzeug dar, welches mit seinem großen Funktionsumfang alle Wünsche und Anforderungen einer Elektrofachkraft erfüllt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017